Heute stellen wir Ihnen eine Arbeit aus dem Jahr 2015 aus Intensive Care Medicine vor. Hier geht es um 10 Barrieren für ein angemessenes adäquatisches Management von Patienten zum Lebensende von Hillman und Cardona Morell. Seit Beginn der modernen Intensivtherapie mit großen Fortschritten und Erfolgen in der Therapie schwerkranker Patienten haben sich nahezu unmerklich neue Herausforderungen für Intensivmediziner als Ergebnis der erfolgreichen modernen Medizin entwickelt. Im Gegensatz zu den Anfängen der Intensivmedizin sind die Patienten heutzutage deutlich älter und in der Regel multimorbide erkrankt. Viele Patienten versterben unter einer laufenden Maximaltherapie an Maschinen und überlebende Patienten haben häufig eine deutlich reduzierte Lebensqualität noch lange nach dem Intensivaufenthalt. Welche wesentlichen Barrieren lasse ich nun für ein angemessenes Management von Intensivpatienten am Lebensende identifizieren? Die beiden Autoren führen hier 10 Punkte auf. Erstens unrealistische Erwartungen. Die Berichte über medizinische Wunderheilungen sind medial allgegenwärtig. Die Öffentlichkeit will glauben, dass es für die meisten Krankheiten eine Heilung gibt. Mediziner rücken allerdings diese falsche Einschätzung nicht in ein richtiges Licht. Häufig überschätzen Patienten, Angehörige, aber auch Mediziner die Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin und unterschätzen den möglichen Schaden, der durch eine solche Therapie verursacht wird. Zweitens. Diskussion über Alter und Sterben wird unterlassen. Alter und Sterben wird in einer offenen und ehrlichen Diskussion nur unzureichend adressiert. Patienten und Angehörige umklaren zu lassen, entspricht nicht der besten Praxis. Das Hoffen auf das medizinische Wunder verhindert einen ehrlichen Blick auf Alter und unvermeidbares Sterben. Angesichts der enormen Technik auf einer Intensivstation fällt es Intensivmedizinern schwer, den Angehörigen zu vermitteln, dass diese Maßnahmen nur eine Unterstützung darstellen und das Sterben unvermeidlich ist. Drittens. Medizinische Ausbildung und Training. Ärzte werden ausgebildet, um Krankheiten zu heilen und Leben zu retten und etwas zu tun. Die Konfrontation der Angehörigen mit der Realität und nichts zu tun, ist nicht Gegenstand der Ausbildung. In der Ausbildung werden kommunikative Aspekte mit Patienten und Angehörigen zu dem Themen Sterben und Lebensende nur unzureichend vermittelt. Viertens. Medizinische Spezialisierung. Die zunehmende Spezialisierung kann dazu führen, dass Organspezialisten enthusiastisch versuchen, die gestörte Organfunktion ihres Fachgebiets zu verbessern, ohne eine ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen einzunehmen. Diese Haltung kann zu einer möglicherweise sinnlosen Übertherapie führen, die nicht eine realistische, patientenbezogene Gesamtprognose in die Indikationsstellung und die Therapiezielfindung mit einbezieht. Unsicherheit. Eine exakte Prognoseeinschätzung für Intensivpatienten vorzunehmen, ist nahezu unmöglich. Die Prognose wird im Wesentlichen durch die vorbestehenden chronischen Komorbiditäten bestimmt. Ärzte müssen akzeptieren, dass diese prognostischen Unsicherheiten integraler Bestandteil der medizinischen Behandlung sind. Diese Unsicherheiten müssen transparent und verständlich Patienten und Angehörigen vermittelt werden. Individuen, aber auch die Gesellschaft machen sich diese Unsicherheiten und die häufig fehlende Evidenz in unterschiedlicher Weise zu eigen, um zum Beispiel ethisch, aber auch medikolegal die Fortführung der Behandlung von Patienten am Lebensende zu rechtfertigen oder einzufordern. Sechstens, finanzielle Anreizsysteme. Finanzielle Anreizsysteme, wie die zum Beispiel auch in Deutschland im DRG-System vorliegen, die Komplexpauschale, zum Beispiel Beatmungsstunden, komplexe Eingriffe, können diametral zu einer adäquaten Therapie am Lebensende stehen. Dieses aber immer nur unausgesprochen. Offengelegt wird diese Barriere in den seltensten Fällen. Siebtens, Ambivalenz in ethischen Einstellungen und Haltungen. Die ethischen Grundlagen, die zur Lösung der Fragen rund um die Therapie am Lebensende angewendet werden, können sehr unterschiedlich, flexibel interpretiert und ausgelegt werden und damit eventuell ihre Bedeutung verlieren. Die Patientenautonomie kann beispielsweise mit dem Prinzip der Gerechtigkeit in einen Konflikt geraten. Insgesamt können die Komponenten der Prinzipienethik, Schaden, Nichtschaden, Gerechtigkeit und Autonomie immer sehr gegensätzlich ausgelegt werden. Es kann schwierig sein, den kulturellen und ethischen Druck einer Gesellschaft in klar umschriebene legale Leitlinien für Ärzte und das Gesundheitssystem zu übertragen. Die Angst, juristisch, zivil und strafrechtlich belangt zu werden oder sich nicht rechtskonform zu verhalten, führt bei vielen Ärzten zu einer nicht adäquaten oder angemessenen Therapie am Lebensende. Neuntens, das sogenannte Transportband. Was ist damit gemeint? Typischerweise werden akut erkrankte Patienten, zum Beispiel ein schwerer, gebrechter Patient aus einem Pflegeheim mit Urosepsis, aus dem Pflegeheim über das Notarztwesen in die Notaufnahme und dann auf die Intensivstation verlegt, ohne dass dieses Transportband unterbrochen wird. Allen beteiligten Ärzten in der Behandlungskette fällt es häufig schwer, den Patienten ohne realistisches Therapieziel eine Behandlungsstruktur wie die Intensivstation vorzuenthalten und diese Entscheidung der Vorenthaltung Patienten und oder Angehörigen nachvollziehbar zu vermitteln. Zehntens, fehlende Alternativen. Die meisten Patienten wollen zu Hause versterben. Dennoch versterben zunehmend mehr Patienten im Krankenhaus. Palliativmedizinisch ausgebildete Ärzte und Pflegekräfte können eine adäquate Unterstützung in spezialisierten Einrichtungen, Hospizen, aber auch zu Hause sicherstellen. Es fehlen aber immer noch flächendeckend verfügbare Modelle, die sektorübergreifend die Versorgung von kritisch kranken Patienten am Lebensende sicherstellen. Die Autoren fassen wie folgt zusammen. Die Entwicklung von Intensivstationen als die finale Option für schwerkranke Patienten und vor allem ältere, gebrechliche Patienten am Lebensende führt dazu, dass Intensivmediziner immer häufiger die Diagnose Sterben stellen müssen. Die Gesellschaft, aber auch ärztliche Kollegen können nicht notwendigerweise verstehen, was auf einer Intensivstation erreicht werden kann und was nicht erreicht werden kann. Und dieser Punkt ist fast noch wichtiger. Der nächste wichtige Schritt für Ärzte, aber auch die Wissenschaften und Gesellschaften ist es, die Gesellschaft zu einer Debatte über die Aufgaben der Intensivmedizin zu ermuntern, auch wenn sich hieraus unvermeidbare Kontroversen ergeben. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der Publikationen im Intensivcare-Medizin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017